Ein herzliches Willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's Plus, dem Remake vom FNF Plus Remake quasi. Genau, in der letzte Folge waren wir in Nacht 4 plötzlich, das war wohl ein Fehler. Also zumindest war es ja nur bei mir so, deswegen würde ich nämlich einmal sagen, dass wir uns eher langsam steigern. Deswegen gehe ich nochmal auf New Game und wir fangen nochmal an. Denn falls das jetzt wieder nicht funktionieren sollte, werde ich einfach mal die Files einmal neu downloaden. Also das gesamte Game eher gesagt. Es tut mir auch leid, dass in der letzten Zeit keine Videos kamen. Zumindest die drei Tage jetzt, ich habe eigentlich auf mein Mikro gewartet. Aber DHL meinte witzig zu sein und das Ganze, ja, sagen wir es so, das Ganze kommt erst am Dienstag an. Und es regt mich einfach nur auf, weil ich jetzt seit zwei Wochen darauf warte. Da wollte ich dann auch nochmal später anrufen und mich da mal erkundigen, ob es da nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt. Ähm, ja, es ist einfach nur ärgerlich, ist sowas. Vor allem, weil ich das morgen Superdrink brauche. Aber nun gut, das Ding muss ich jetzt auch tun. Stell euch mal vor, hier wird irgendein Animatronic kommen. Das wäre krass. Ähm, genau. Ist irgendwie nichts. Ah. Post Detektor. Gibt, ich, ich weiß gar nicht, ob es noch was anderes gibt. Naja, egal. Wir sind ja jetzt hier in dem Office. Aus FNF1. Genau. Tick, tick, tick. Ja, gut, das können wir, wir können es nicht muten. Warte, ähm. Hm, hm. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Oh, oh, ah. Gut. Gucken wir mal. Also Pirates Cove ist direkt schon am Anfang offen. Es gibt hier, da ist der Exit, genau. Es gibt hier auch noch Generator. Ah, da sieht man auch noch mal die Batterie. Ah, okay. Gut. Gut. Die ersten Minuten können wir ja warten. Da ist wieder Puppet oben. Da ist Cupcake. Gucken wir mal. Okay, wir haben es jetzt gleich 1 Uhr. Na gut. Erste Nacht passiert ja auch nicht sonderlich viel. Aber es sieht übelst krass aus. Finde ich. So, gucken wir mal. Na, 2 a.m. Gleich 3 a.m. Gut, wir haben 64%, aber ich denke mal, das reicht. Wie gesagt, ich hatte eigentlich gehofft, dass mein Mikro ankommt. Bin eigentlich darauf angewiesen. Aber, ähm. Das war mal wieder klar. Chica im Knast oder so. Oh, jetzt hat sich jemand... Ja, Chica hat sich bewegt. Habt ihr das gehört? Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Aber da war so wie so ein... Als ob irgendwas hingefallen ist. Jo. Okay, Pirates Cove ist noch... Ah, nee. Boah, die sehen sogar... Chica hat sich bewegt wieder. Oh mein Gott. Du siehst ziemlich sexy aus. Eigentlich nicht, aber... Also ich finde das Model von Freddy und Barney ein bisschen besser tatsächlich. Oder täuscht das nur? Ich weiß es nicht. Es gewittert auch. Okay, wir haben 3 Uhr erst. Oh, Faxi guckt raus. Oh. Oh, Barney. Okay, Chica ist in der Küche. Barney ist auch weg. Die Pirates Cove ist noch. Okay, Chica ist aus der Küche raus. Oh mein Gott. Oh, Freddy hat sich bewegt, was? Warum hat sich Freddy bewegt, hä? Enter Passcode. 2, 4, 1, 5. Aber wieso hat sich jetzt Freddy sch... Oh. Da ist Barney, oder? Oh, wir müssen aufpassen. Oh Gott. Oh, oh. Warum kommt hier Musik? Aber Freddy steht nirgendwo vor unserem Gang, oder so. 22 Prozent. Das wird... Ne, das wird doch nicht knapp. Okay. Okay, Faxi ist gleich... Ne. Digga, Faxi ist einfach aktiver als... Du haben das, okay. Ja, easy. Okay, das schaffen wir. Aber, Digga, was ist denn mit Freddy los und Faxi? Scheiße, ne. Egal. Bin mal gespannt, ob das jetzt wieder mit dem Bug ist. Wenn, dann probieren wir einfach Nacht 4. Sieht krass aus, die Animation, finde ich. Also, die ist richtig... ASMR. So. Nacht 2. Genau. Wir gehen direkt rein. Das war dann wirklich nur ein Bug. Also, Daily Animal Report. Ist auch ganz normal, dass hier irgendwelche Geister in Räumen sind. Ich hab gestern übrigens mal, ähm, Twitch, genau, YouTube-Livestreams ausprobiert. Ähm, hab ich PUBG für ungefähr eine halbe Stunde gestreamt. So, gucken wir mal. Wo sollen hier noch was sein? Irgendwo, wo es... Hier muss es auch irgendwo noch blinken. Das ist so was wie Country Road, oder? So ein... Also, so ein Country-Song, meine ich. Ah. We're in our school. Okay. So, Leute. Nacht 2. Das wird interessant. Wir gehen jetzt nicht auf die Kamera, sondern warten erst. Da hat sich schon wer bewegt, oder? Hallo. Hallo, hallo. Hat deine Füße. Ja, 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 okay, okay. Entschuldigung. Digga. Was geht denn bei euch ab? Ach, Preisse. Okay, wir achten jetzt einfach nur noch auf die beiden hier. Ich sag's so, wie's ist. Patriots kauf es wenigstens noch zu. Wir müssen Energie sparen. Ach, du Scheiße. Wir haben's schon kaum geschafft. Also, wir waren schon bei 40%. Da war... Ohne irgendwas zu verbrauchen, ne? So, Scheiße. Lass uns da mal die Kamera wenigstens ausrichten. Okay, Pirots kauf es auch zu. Das wird interessant. Ich hab jetzt schon das Gefühl, dass wir das... Also, ein Gefühl, dass wir das nicht schaffen werden. Ähm, warum sind die denn auch immer so aktiv? Alle. Idiotiker. Beep, beep. Wir haben... 1 a.m. Wir sind alle unterwegs. Außer Faxi, oder? Ja, der bleibt wenigstens in seiner Bude. Da ist Bonnie. Ja, dann ist echt... Ah, nee, die ist... Das stimmt. Die müssen hier beide hinkommen, ne? Oder? Oder muss man's schon machen, wenn die... Da bin ich jetzt mal gespannt. Das können wir jetzt mal untersuchen. Aha. Müssen, glaub ich, nur auf Cupcake achtgeben, oder? Oder? Oh, mein Gott. Junge. Nein, Freddy. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich weiß nicht, wie man sich hintereinander so hart erschrecken kann, ne? Tut mir leid. Ich hab einmal kurz die... Es ist die Frage, wo ist Chica? Gut, machen wir mal wieder auf. Fuck. Noch nicht, okay. Ich hab irgendwie Angst. Gott, wir haben 4.1. Das ist Freddy. Wenn er jetzt noch einmal lacht, oder irgendwie so war das, ne? Pirates Cove ist dicht. Kurz. Wir lassen die Tür jetzt einfach zu. Wir haben... Hi. Wir haben's gleich... Hi. Hi. Oh, mein Gott. Ah, du... Okay, wir lassen es jetzt so. Wir haben's geschafft. Wir schaffen's. Oh, mein Gott. Ja, ja. Ja, bitte, bitte, bitte. Ja, 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 ja. Oh, danke. Danke. Mir ist aufgefallen, wenn ich hart erschrocken werde, dann beleidige ich auch gerne. Deswegen werde ich das einmal auch raus, ähm, keepen dann. Ähm. Gut. Das waren sehr interessante zwei Runden. Und ich würde dann sagen, bei der nächsten Folge machen wir dann bei Nacht 3 weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like. Und, aber da schaut doch gerne auf Twitch vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.